Ich befehle mich, mein Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir findet. Komm zu uns! Sie sind noch damals! Wir wollen dir nur helfen, Simon. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Wir müssen uns entscheiden, ob wir in Sünde leben wollen oder aber, ob wir gegen unsere Begierden ankämpfen wollen. Du machst das doch alles nur, weil du nicht willst, dass jemand was merkt. Sag es. Sag, dass du mich willst. Das wird nicht nochmal passieren. Das kann ich dir nicht versprechen.